Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Insights zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Gewinn der BVB heute gegen Mainz 05 beträgt der Rückschlag auf die Bayern in nur noch 4 Punkte. Sportdirektor Michael Zorc will von einem Kampf um die Heißerschaft allerdings nichts wissen. Die Saison von Borussia Dortmund gleicht einer Achterbahnfahrt. In den Pokalwettbewerben bleiben Marco Rose und Design hinter den Erwartungen. In der Bundesliga rangieren sie hingegen auf den Seiten der Bellenplätze und haben die Chance, den Rückschlag auf die Bayern weiter zu verkürzen. Zum Hinterbaus lag der BVB 19. in München an. Ab Mittwochabend könnten es 8 Spieltage vor Schluss noch 4 Punkte sein. In Dortmund, das bekräftigte Michael Zorc ging über den Ruhrnachrichten, ist die Meisterschaft aber kein Thema. Wir brauchen nicht auf die Tabelle zu schauen, sondern wir müssen uns auf unsere Spiele konzentrieren. Vor zwei Wochen galt mir bei vielen noch als Deppen. Jetzt plötzlich von der Meisterschaft zu sprechen, das ist doch Unsinn, wird der Scheinesportdirektor zitiert. Chef der Marco Rose betonte hingegen, er wäre beim spannenden Rennen um die Schale sofort mit dabei. Fügt jedoch an, wenn wir dann mal alle gesund bleiben und so richtig in Fahrt kommen, eine Serie starten könnten. Aber das sind nicht unsere Themen im Moment. Denn der BVB bleibt davon verletzend und gebeutelt, wie seit Beginn der Saisonvorbereitung. Eure Meinung dazu? Gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In dem Sinne, macht es gut, ciao und bleibt am Ball.